Hallihallo, nochmal zurück zum geweihten Schneefeld. Na, komm, mach die Karte auf. Ziemlich da am Anfang. Müsste vielleicht ein bisschen gucken. Da fährt dieser Wagen da rum. Und ja, ich würde halt gerne wissen, was der da für mich drin hat. Oh, Explosionspolsche. Was habe ich denn eigentlich auf die dicken Rüstungen? Ah, ja, 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 ja. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich habe kein Moujo mehr und jetzt werde ich von hinten auch noch gejackt, ja? Ey, 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 Junge. Ah, die machen schon bitte Schaden, ne? Der starke Schlag von ihm, fast dreiviertel Leben auf einmal weg ist schon nicht ohne. Ey, sag bloß, na schön, hier ist noch eine goldene Saat, ja wundervoll. Ey, es lohnt sich echt immer noch mal wieder doof rumzupimmeln. Ja, die habe ich schon gefunden nochmal. Zu LVL? Okay. Ach ja, so hieß glaube ich der Boss, ja? Hier könnt ihr es euch leichter machen und einfach nur da hinten raufpimmeln, ja? Hoppala. Wird's das? Hahaha. Okay. Scheiße, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Mit dem schimmeligen Bären, ne? Eieieiei. Und tschüss. Ey, er lässt mir auch nicht mehr ruhen, ne? Jetzt hat er den ganzen Wagen kaputt gemacht. Eieiei. 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 Eieieiu. Na klar Mr cemetery. Eieieie. ich hab die ganz gern die bären ja das wird mein tod ja drauf geschissen lasse ich einfach ja goldene saat haben wir gefunden positiv bleiben aber jetzt frage ich mich ob in dieser scheiß karre gar nichts drin ist ja 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 Was ist diese waaaschne Cwita? Was ist diese waaaschne Cwita? Oh, die unsichtbaren A-Steppen Das ist doch die Patrouille mit dem Ok Ich krieg die Kotze eh Ich krieg die Kotze Ich krieg die Kotze Ich krieg die Kotze Ich krieg die Kotze Immer mal wieder was Neues im Zwischenland Na, wo rollt jetzt dieser Wagen rum? Ist der noch da? Theoretisch müsste der ja wieder respawn sein, oder? Da ist er! Juuu! Oh, da ist der schon offen Habe ich den leicht schon gelootet? Ich war der Meinung nicht, ja? Das wäre natürlich doof, ja? Ne, ist noch zu Oh! 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 Doch nicht einfach runter klauen, oder was? Ja, mach mal die Malplatte Open A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Ich war der Meinung, ich hätte da irgendein Kahn schon mal einfach was runter geklaut oder habe ich das geträumt? Anscheinend. Oder haben sie es irgendwann mal gepatcht? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn da? Komm, lang genug gedauert. Fließendes Krummschwert. Na, gucken wir uns auch mal an, hier haben wir es ja auch schon, diese Legenden ranken sich um den blau gewandten Schwertmeister und den Krummschwert, das fließt die Wasser. Starke Angriffe lösen es ja. Ok. 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 na ja tanzter ja müssten wir mal aufpumpen und testen aber ich denke mal eher nicht ja sorry dass es so lange gedauert hat ich hoffe es hat geholfen wenn nicht auch egal tschüss bis zum nächsten